Hallo Leute, ich komme zu Black Ops 2 In Steam wurde gemacht, dass ich Black Ops für paar Tage, für Stunden, was weiß ich, spielen kann Ich kann es noch ca. 6 Stunden zocken, bevor es vorbei ist Die Tests sind uns da dunkelste Und das netzt sich schnell aus, 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 aus Mache sehr viele Parts Und dazu, ja, und da könnt ihr mein tolles Gefehle sehen Na, freut euch schon Ja, tut ihr Warte auf, Spielstatus Nutzen Sie die Wirkung, bla 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 Ja, mhm Sitten Sie, wenn Sie in HH Orientierung verlieren werden Ja, Team Deadmatch So gesehen, ich bin ein Nob in diesem Game Dann könnt ihr ruhig mal die Felder sehen Wie schlecht ich in Black Ops 2 bin Wie schlecht ich in Black Ops 2 bin Ah, das war fies Was hatte der für... Ach, hier hat der Glück Ich mach zwei Runden Pfff, what the fuck Ah, den hab ich jetzt nicht gesehen Okay, der hat sich ihn gut versteckt Hingelegt, dass ich ihn wollte Wo? Dass ich ihn nicht sehen konnte Boahy Wie diese Map mich gerade aufregt Wie diese Map mich gerade aufregt Ui Boahy Boahy Ich kann übelst nicht zocken Boahy 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 Weh noo Boah, wie ich hier mich nicht auskenne. Haha. Boah, wo war denn? Nur was ich weiß, der war irgendwo hinter mir. Wo weiß ich nicht. Genau. Kenne mich, yeah, man, hey. Hm, klasse Wellen. Welche nehme ich? Ach komm, ich probier die dann. Was ich aber irgendwie scheiße finde. Mit den Granaten werfen. Scheiße. Oh Mann, 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 wie schlecht ich bin. Zwei Kills, yeah. Nein, ach, wirklich. Boah, wie diese Möp mich gerade aufregt. Na, geiler, feindlicher Platzschlag ja genau. Geweckt von mir. Ja, ja, ich hab sowas von übel schlecht. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht übelst gut. Wir haben zwei Lauf. Uh, geil. Hm-hmm. Bam, ich bin da. Oberbro. Noob. Ja. Abkommen auch noch die Punkte sehr, sehr nicht los. Das ist ja dann nochmal schön. Ach, das ist ja ein Klassenerz. um ein niggas wassapp Ich habe noch nicht in der Zeit geheimd, wenn ich mich nicht behebte. Okay, das ist hier so. Ich habe noch etwas gehört. Ich habe noch einen Vorsatz in der Zeit geheimd. Ja, ich bin nicht. Ich habe noch nie gehört. Ich habe noch eine neue Holbe. Das war's für heute. die Snipern kann ich hier überhaupt nicht das kann ich euch jetzt schon sagen Snipern No mein Ding No mein Fall No whatsoever Warte auf Texturen ja Nimm doch mal ja schon Ah Nächstens ein geiles Ziel Nächstens geht es über ein geiles Ziel Nimm 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 Snipern 20 woher ich mich dann aber dann bist du gestorben Ah, Mann, da. Genau. Messer mich doch einfach so eiskalt. Boah, ey. Erreichend, ich glaube, die Zähne, genau, ist schön. Ein bisschen Erinnerung. Falterfeuer, geil. Ich muss ja auch manchmal die Waffen wechseln und testen, wie gut die sind. Sonst wäre es ja langweilig. Boah, boah, nein, nein, nein. Help, boah, ey. Das ist ihm gerade echt zu schnell. 50. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. What do? Ach. Mhm. Boah, am Anfang war ich viel besser. jetzt ist es ja so fast ob ich nur nennen ich kann keine Kanaten mehr ich kann keine ich kann keine ich kann keine ich kann keine Hahaha, wie ich mit Darauf nicht umgehen kann, das weiß ich jetzt schon. Hä? Genau, ja. Ja, ich bin ein bisschen überprüft. Ah, ha, 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 ha Genau, ja Komm, ich würde längstens einkirgen Mhm Was ist ja geil Ich will aber kein Narcist Ja, gr, kannst du dir wie sonst wohin tun Ich will 1 Kilo Cool Erster Part, nix geleistet, bam Danach kommt's Was? Ähm Egal, das werden wir dann sehen So weiter und so weiter Ach, das wird ein Spaß Ja, wir wollen so, oh mein Gott, ich finde gut Okay, dann werde ich diesen Part sehen uns beim nächsten Und tschüss